Delta-3 infiltriert einige unter feindlicher Kontrolle stehende Bohrinseln vor der Küste der Isla Trueno. Das Team unterbricht die gegnerische Kommunikation, sichert die Bohrinseln und macht sich dann auf den Weg an die Küste, um Agent Rodriguez zu befreien. Mother 2, Ihr Delta-3! Wir nähern uns der Zielposition! Over! Verstetigt, Delta-3. Verstören Sie das Ziel und machen Sie sich anschließend auf den Weg zur Küste. Ragnatix-4 geht in Position, um Sie zu unterstützen. Geschätzte Ankunft um 0800. Verstanden! Delta-3, out! Gute Arbeit. Arbeiten Sie sich unentdeckt weiter vor. Gute Arbeit. Gut, gut. Sieht ihr euch nicht? Lass mich das mal an, wenn ich nicht mit der AKK habe. Verstanden. Lass ihn auf der Hut. Gut. Gebe es um, aber in allen Jahren, da ich mit dem AKK habe ich nicht mit dem Ölgeheimsgescht. Was ich sage. Aber den Binnen muss es genauso viel zu gering. Das ist glatt gegangen. Bleiben Sie wachsam. Muere, bastardo! Das ist glatt. Weiter geht's! Los! Neutralisieren Sie sie! Jetzt! Gehen Sie sie! Los, los, los! Bewegung! Weiter jetzt! Los! Los, los! Wir sind sicher. Drücken Sie weiter vor. Mother 2, Ihr Delta 3. Wir nähern uns der Zielposition. Over. Nicht schlecht. Bleiben Sie in Bewegung. Alles klar, Männer. Das war gute Arbeit. Auf der nächsten Bohrinsel dürfte niemand was mitgekriegt haben. Jetzt unterbrechen wir Ihre Kommunikation, sichern die Positionen und machen uns dann auf den Weg ans Ufer. Sobald wir die Bohrinsel erreichen, kümmert sich Anderson um den Sender, während der Rest des Teams das Gebiet sichert. Alles klar? Sir, ja, Sir. Machen Sie sie fertig. Anderson, schalten Sie die Kommunikation ab. Die Kommunikation ist unterbrochen. Die sind blind wie Fledermäuse. Wir fahren wie geplant fort. Versteht ihr? Das ist die Aufmerksamkeit. Los! Los, los, los! Los, los! 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 Was ist das, was ist das? Los noch los! Los noch los! Los Tango! Los Tango! Mother Two, wir haben Sichtkontakt mit einem zivilen Boot, das sich dem Hafen von Norden nähert. Verstammt! Da kommen noch mehr. Achten Sie auf weitere Ziele. Mother Two, hier Delta Three. Ihr Beet ist sauber. Wir machen uns bereit zum Tauchen. Müssten das Ufer in etwa fünf Minuten erreichen. Verstanden, Delta Three. Machen Sie weiter. Untertitelung des ZDF, 2020